Guten Morgen an diesem Samstagmorgen und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Ihr seht noch etwas zerzaust aus. Ich lag locker eine Stunde wach im Bett, am Handy und hatte keine Lust aufzustehen. Was ich eigentlich nie mache. Wenn ich aufwache, stehe ich meistens sofort auf, weil schlafen kann ich so oder so nicht mehr. Aber ich habe dann tausende Sachen noch angeguckt, diese doofen Facebook-Videos immer. Dann wurde man da markiert und hier und da. Naja, was soll's. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Valentinstag. Ja, unserer war sehr schön. Da standen wir den halben Abend in der Küche. Der ganze Aufwand hat sich allerdings gelohnt, denn das war die beste Pide, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. So gut war sie. Und das sagt einiges aus, wie ich finde. Und auch der Schokokuchen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Keine Worte dafür. So, jetzt packe ich mal meinen Laptop aus und lade mal meine Bilder in meinen Blogpost. Dazu bin ich dann gestern auch nicht mehr gekommen. Bearbeitet habe ich die Bilder, die 150.000, die ich zur Auswahl hatte, aber hochgeladen habe ich sie nicht mehr, weil ich keine Lust mehr hatte. Verlauter Auswahl und bearbeiten. Breakfast situation on this Saturday morning. five-teuer, pain. ienie lie 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 Meine Motivation heute? Gar keine. Ich bin überhaupt nicht motiviert. Aber wer essen kann, der kann natürlich auch Sport machen. Und ich wollte mir schon eine zweite Ladung von der Pide holen. Dachte mir dann aber, nee, komm, jetzt gehe ich erstmal ins Sport. Danach kann ich noch essen. Wir haben so viel übrig. Es muss heute gegessen werden, denn abends sind wir mit Freunden essen. Von daher werde ich nachher den Rest essen. Aber jetzt geht es erstmal ins Training. Ich bin so platt heute. Für gewöhnlich esse ich morgens sowas überhaupt nicht. Und ja, da sieht man mal wieder, was Essen so anrichten kann. Vor allem dann gleich morgen so fette Kohlenhydrate. Naja, was soll's. Ich muss mich jetzt echt aufraffen, denn ich hab heute Morgen einfach mal gar nichts gemacht. Und ich präsentiere euch einmal hier überall Chaos. Und dann liegt seit gestern hier immer noch alles rum. Ich hatte immer noch keine Lust, das alles aufzuräumen. Und auszuräumen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.